Ja, Freunde, somit herzlich willkommen zu ner Folge APEX. Ich bin am Start und ich mach den Kalt. Du kleine Wichser, komm. Wo ist er? Er war doch eben hier. Ich hoffe, jetzt läuft ja alles wunderbar. Ich hab eben ein paar Einstellungen geändert. OBS Update. 23.0. Was ist das denn hier, Bruder? Ey, was soll denn der Scheiß, Mann? Nein. Was ist das, Mann? Wieso ist die 23.0.1 Version nicht da? Ich hab doch eben runtergeladen. Muss ich das verstehen? Ja, wir machen trotzdem die Aufnahme, Freunde. Ich hoffe, das Ganze wird remuxed. Das ist doch nicht sein. Ich hab eben noch ein neues Update runtergeladen. Was soll denn der Scheiß, Mann? Ansonsten ist alles so geblieben. Ich verstehe das nicht. Ganz eigenartig. Das regt mir schon wieder auf. Mal weist es 23.0.1 Version raus. Hab ich eben installiert, ist richtig nice die Version. Haben es richtig gut gemacht. Aber ist weg bei mir. Ich hab neu gestartet eben. Weg. Ich verstehe das auch nicht. Ganz eigenartig. Ich verstehe das auch nicht. Komisch. Komm ich gar nicht drauf klar, Mann. Ach, ich muss hier lang. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin... Das ist Sklapien voll, mittlere Beute, waren hier schon welche, äh, brauche ich das, ne. Ich höre Gegner. Bruder, was war das? Hammerkerl, ey. Ich hab den voll offen aufs Gesicht gezielt, Mann, was soll der Scheiß? Ja, das war's mit der Runde. Gott sei Dank, er hat vier Minuten verbracht. Vielleicht schafft er es eine noch, dass er meine Marke zurückbringt, aber nein, scheint doch nicht. Hammertypen, ey, Hammerwaffe. Mit so einer ganz schlichten, normalen Waffe hat er mich gut gemacht. Krass. Ich habe wenigstens einen Kill, bin besser wie der. Ja, Freunde, neue Runde, neues Glück. Bis gleich. So, Freunde, das ist die neueste, letzte Runde jetzt, am heutigen Tag, die ich jetzt machen werde. Danach werde ich Nebel wohl sein. Für heutigen Sonntag. Warte mal Sonntag. Wenn es von mir auf Sonntag online kommt, weil wird wahrscheinlich nicht so der Fall sein. Ah, Mann, meine Fresse. Der muss ich wieder den wählen? Was war das? Macht ihr das nächste? 94 Kills, alles klar. No, ich nicht. Ich bin übrigens nebenbei in einer Party, also falls jemand reinkommen sollte oder verlassen sollte oder irgendwas hier stehen sollte, oben links. Wundert euch nicht. Okay. Ich habe das. Ich habe das. Komm spring. Mal dringend. Okay. Ja, erst wollte er da ein, dann wollte er da ein. Könnt ihr euch mal entscheiden. Da gehe ich ja nicht wieder unten hin. Das sieht doch gut aus. Oh. Level 3. Scheiße. Thanks nice Thank you Oh Ich habe schon eine Stufe 3 Da brauche ich so einen Scheiß nicht Ich habe noch keinen Helm Nice Schnell hin Wo ist der denn? Marsch der Welt Ich bin bescheuert Was ist denn der Helmann? Er ist der Helmann? Er ist der Helmann? Wo ist der Helm? Was haben die denn alles? Ich habe fast alles außer das eine Die haben einen mehr Ich habe nicht meinen Helmann Was ist der denn Scheiß? Wo ist denn der Scheiß Helm? Was ist der Helmann? Und was? Wir sind am Arsch der Welt Was ist der Helmann? Was ist der Helmann? Was ist der Helmann? Seh ich ihn da auch. Weg damit. Wo sind die denn? Bruder. Ah, Bastard. Noch irgendwo ein Wichser? Ich hab's geschafft. Oh, Bruder. Lauf. Ich sterbe hier drinnen. Scheiße. Oh, nice, 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 nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh. Oh ja, das ist schon besser. Oh, nice. Oh. Oh, nice, nice. Oh, I like this. Oh, okay. Vielen Dank. Boah, da oben? Erstmal seid ihr scheiße? Was macht ihr da oben? Viel besserer Hut, Mann. Hey, wo hast du da? Gegner. Nein. Nein. F***. Befortablen. Befortablen. Soll ich die denn erledigen, Mann? Ihr seht doch nicht mal. Wo sind die? Da komme ich von der Seite, Mann. Was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Wo sind die denn? Ja, du kleiner Wichser, Mann. Da bist du am Arsch, Alter. Da bist du auch am Arsch. Ja Leute, macht ihn kaputt. Kommt hier runter. Ja Freunde, ich sag schon mal auf Wiedersehen. Lasst natürlich Supporter ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Abos natürlich kostenlos werden. Nice von euch. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.